so hallo leute time to frack time to cockpit inspection und zwar weil es so gut passt in der imperial eagle das teil sieht natürlich gleich viel edler aus das imperium hat durchaus fähigere designer in ihren schiffswerken ich muss noch mal eben dezentrieren vor allem alles klar gut die bedienelemente kennt ihr alle vorne unterscheidet sich auch nicht wirklich viel von der anderen diegeln auch der innenraum scheint leicht design zu sein auch die ausgebildet ist natürlich das schiff ist neuer die alte eagle also von software design her andere seite dürfte genauso ausschauen ich will mal ein bisschen weiter vorne sind sie weiter vorne zentrieren das muss jetzt ziemlich laut gewesen sein ich war direkt vor der web kennen ja und schauen wir noch mal was hinten wo es ist ne auch hier auch hier die glattmaschine und hier garantisch zwölf kies ein und atembarer luft ja so viel durch hier nehmen sie das teil auch ein bisschen anders aus die komponenten scheinen anders angeordnet zu sein und hinten erkennen wir aber wieder das lager und hier geht eine treppe nach unten ja so alles klar dafür die treppe nach unten bei der anderen igel war das da auch so ich kann es euch gar nicht genau sagen ich gar nicht hundertprozentig drauf geachtet sehr schickes kleines aber doch irgendwie große schiffle ich finde immer dass diese geschichten besonders auffallen wenn man sich das ganze in der bia anschaut und diese perspektive gefällt mir ganz besonders unten in der halle da springt die außenansicht halt in eine andere position als wenn wir oben an der oberfläche nähern fühlt mir sehr gut ja leute das war die imperial eagle schick designt das schiff damit machen wir mal schluss für heute ne vielleicht schaffe ich heute abend noch mal ein schiff aber das soll es erst mal gewesen sein ich verabschiede mich für den daumen nach oben würde ich mich freuen für ein abo sowieso wir sehen uns bis zum nächsten mal heute ciao